Also, wenn man den Wetterbericht so hört, dann gibt das ein scheiß Wochenende. Es soll kalt werden. In einigen Regionen soll es Frühling geben, aber bei uns bestimmt nicht. Ich mache ein Bummel durch den Wald und wollte dir nur ein schönes Wochenende wünschen. Und du, mach es gut, mach es dir gemütlich. In ein paar Wochen ist ja sowieso Weihnachten und dann gehen wir über der Weihnachtsmärkte. Also, mach es gut, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.